Es ist Ihnen schon passiert, dass Sie im Alltag erkannt werden, in der Stimme? The question is, was you recognized by someone in real life just by hearing the voice? Ja, also, ja, es passiert schon. Es ist mir dann immer sehr unangenehm, weil ich mir das halt nicht vorstellen kann. Das ist für mich nicht... Ich habe ja die Stimme jeden Tag und wenn dann jemand beim Bäcker sitzt und mich anguckt und sagt, ich kenne Sie doch irgendwo hier. Das ist sehr irritierend immer. Es passiert, aber nicht so oft. Aber die können es nicht so kurz zuordnen oder sagen die Achterstof der Simonin? Also teilweise ist es doch so, dass ich dann auch wirklich... Sie sind doch Synchronsprecher. Und das ist dann sehr schwer, sich irgendwie aus der Affäre zu ziehen. So he was recognized. Sometimes he's a little bit... He's a little bit shy, so he doesn't want this. In der Sauna immer sehr schön. In der Sauna that they say, you must be the speaker of the voice, which is really, really interesting. Und da sind schon sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020